hallo willkommen bei einem live stream bei uns wir sind hier auf der elbphilharmonie in hamburg hamburg und dann der ausblick von hier oben ist wirklich toll aber wie kann man jetzt kommen sie zu einer thomas okay einmal ausblick zeigen landungsbrücken der ganze hafen ist schon heftig und ziemlich tief hier unten ja dann grüße nach nach harten hoffen es geht euch gut und wir haben natürlich das schöne wetter mitgebracht ich war natürlich auch im flugzeug noch beim cockpit mit den piloten gesprochen hast du gefragt habt ihr die rips zu alfa geschlogen nein wir haben lektoren bekommen und sind damit dann zur landung geleitet worden sehr cool hallo mutti grüße aus hamburg sind hier auf der in in und auf der elbphilharmonie und das will ich auch noch mal eben den rundblick an dass man gucken kannst in hamburg der ganze hamburger hafen ich habe auch den piloten gesagt dass wir gestern die strecke geflogen sind musste lachen ja war nette crew nette piloten ja war sehr cool landung war ein bisschen heftig aber gerade noch gut lustig war wir haben getränk gekriegt tomatensaft und kaffee und ich habe mich gefragt ob man da vorne rein kann und dann sagte sie ja nach der landung könnten sie gerne rein okay du bist ja so über die brücke das ist eigentlich tief hier da war ich natürlich ja ah Tomatensaft Die echte Bapro. Ja, und was natürlich, bin ich wieder vom Film verfolgt. Wir gingen hier auf die Elbphilharmonie zu. Und was sehe ich da? Blocker. Ich sage Blocker, Blocker sind in der Filmcrew, ne? Ja, ein Stück weiter war in seiner Polizeistation. Die Geränen hier Notruf hafen könnte. Dann bin ich zum Set AL gegangen, da ist der Leiter vom Set. Ein bisschen gefragt und so, und gesagt, hier war es früher hier bei Wilsberg und so. Ach, cool, ne? Ja, die drehen an der Notruf hafenkante da. Haben ja auch ganz nochmal abgesperrt. Gott. Ja, wir wollen gucken, dass wir jetzt, also 20 Mal am Tag fahren die Hafenrundfahrten los. Da kann man bestimmt eine Sache erwischen. Ja, hier ist ja gut angekommen, ne? Mutti? Wie gesagt, Wetter hatte mich erst gesagt, hier wäre diesig und regnerisch und so. Stark bewölkt. Stark bewölkt. Nein? Ja gut, stark bewölkt ist es, aber trotzdem waren wir schön in Sonne. Schönes Wetter. Morgen Abend geht es wieder zurück, aber dann direkt nach Köln. Nicht nach Düsseldorf. Ja gut, wir werden mal gucken, mal weiter gucken. Und Grüße nach Österreich und nach Ratingen. Bis dann, tschüss. Tschüss.